Ja, recht vielen Dank und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Datenschutz und Geodaten. Ein Gebiet, was sowohl für die Juristen eher unangenehm ist, also die meisten Juristen machen um den Datenschutz einen Bogen und die Leute, die sich mit Geodaten beschäftigen, wahrscheinlich auch um den Datenschutz und ja, ich will jetzt mal ein bisschen Klarheit in die Sache bringen, insbesondere aufzeigen, wo das Problem ist. Das ist eine sehr hochaktuelle Thematik, die auch insbesondere im Rahmen von Open Data neuen Zündstoff erhalten hat. Konkrete Antworten, darf ich Gräber mappen oder nicht, kann ich hier nicht geben, vielleicht dann in der Pause, aber ich will zumindest für das Problem sensibilisieren, zeigen, wo die Juristen Bauchschmerzen haben, warum sie Bauchschmerzen haben und ja, vielleicht die Richtung zeigen, wo es hingeht. Also es mehr Probleme aufzeigen und mögliche Lösungswege identifizieren. Machen wir also los. Die Einleitung habe ich schon begonnen, geht gleich weiter. Dann ein paar allgemeine Worte zum Datenschutz. Wo kommt er her? Was ist sein Sinn? Dann geht es auch gleich weiter zu der Thematik, was sind personenbezogene Daten, um dann zu schauen, personenbezogene Daten und Geodaten. Wie sieht es da aus? Das, was wir vorher bei den personenbezogenen Daten festgestellt haben, runtergebrochen auf Geodaten. Und dann zum Schluss Umgang mit personenbezogenen Geodaten, wo was für rechtliche Regelungen gibt es da zu beachten. Und da kann ich es aber eben bloß anreißen, weil im Einzelfall muss man sich das dann detailliert angucken. Und das können wir im Rahmen so einer Veranstaltung nicht machen. Gut, schießen wir los. Was Geodaten sind, welche Bedeutung sie haben, das muss ich hier nicht weiter erklären. Dagegen Datenschutz ist vielleicht noch nicht jeden klar, obwohl in Zeiten von ständiger Überwachung und Datensammelei muss ich da vielleicht auch nicht viel sagen. Jedenfalls, Datenschutz ist Teil des weitergefassten Gebiets der Privatheit. Da gehört eben auch rein Unverletzlichkeit der Wohnung und die Möglichkeit der geheimen Kommunikation. Sinn hinter dem Datenschutz selbst ist es eben, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. So die Idee des Bundesverfassungsgerichts, weil man eben sagt, wenn jemand über mich schon alles weiß, kann der auch sich überlegen, wie ich reagieren werde. Und entsprechend hat der einen Vorteil gegenüber mir. Und das soll nicht sein, man soll gleichberechtigt miteinander umgehen können und nicht mit irgendwelchen Erwartungshaltungen schon konfrontiert sein. Das meine ich hier auch mit Herrschaftswissen. Dass das mehr Theorie als Praxis ist, denke ich, ist den meisten hier bewusst. Gehen wir weiter. Was ist Datenschutz? Datenschutz hat verschiedene Quellen. Zum einen ist das in der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt oder findet sich eine Norm dazu. Im Europarecht gibt es verschiedene Regelungen dazu. Die Datenschutzrichtlinie, aber auch Umweltinformationsrichtlinie, hat Elemente, die sich dann eben auf Umweltinformationen beziehen. Und was jetzt vor der Haustür steht, ist die Datenschutzgrundverordnung, wo aber keiner genau weiß, wann sie kommt und ob sie nach der Europawahl dann überhaupt so kommt, wie sie jetzt vorliegt. Das ist also eine große Unbekannte, wann und wie das kommt. Dann haben wir in Deutschland das Verfassungsrecht, das Grundgesetz und wo der Datenschutz raus abgeleitet und abgesichert wird. Und da ganz wichtig dazu die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Sache. Und was uns dann konkret interessiert, wo wir hingucken, wenn wir eben Geodaten haben und uns mit Datenschutz beschäftigen, dann gucken wir ins Bundesdatenschutzgesetz, BDSG. Datenschutz ist eine Querschnittsmaterie, das heißt, das ist nicht bloß ein Problem von Geodaten, das ist ein Problem von Internetverbindungsdaten, das ist ein Problem von eigentlich überall. Also Querschnittsmaterie, jede Thematik, wo irgendwie Menschen eine Rolle spielen, hat in der Regel auch eine datenschutzrechtliche Implikation. Und das werden wir gleich sehen, macht die ganze Sache auch relativ kompliziert. So, was sind nun personenbezogene Daten? Um das zu erfahren, guckt der Jurist ins Gesetz und findet da auch in § 3 Bundesdatenschutzgesetz eine Definition. Und da steht drin, personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Und ihr könnt euch ja jetzt schon mal Beispiele überlegen und dann immer versuchen zu subsumieren, ob das Tatbestandsmerkmal erfüllt ist. Ich werde sie gleich nochmal detailliert durchgehen. Diese Definition für personenbezogene Daten hat eine doppelte Funktion. Sie sagt einerseits, ob das Bundesdatenschutzgesetz anwendbar ist und sagt andererseits eben, was personenbezogene Daten sind, was dann auch in anderen Gesetzen noch eine Rolle spielen kann. Aber das ist eine bisschen aus meiner Sicht problematische Doppelfunktion, aber da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das in sehr grundsätzliche Diskussionen führt. Gut, gehen wir los. Das sind personenbezogene Daten, Einzelangaben. Was ist darunter zu verstehen? Die herrschende Meinung dazu sagt, das grenzt Einzelangaben oder stellt klar, dass gesammelte Daten, die anonymisiert sind, oder also zusammengefasste Daten aus einem Datenpool, aus dem der Einzelne nicht mehr identifiziert werden kann, darunter zu verstehen ist. Man könnte, also es hat eher eine klarstellende Funktion, man braucht sie nicht unbedingt. Also es ist zum Beispiel eine Wahlumfrage. Wenn man 100 Leute fragt, die sagen alle, wie sie gewählt haben, und man würde, was man nicht macht, dazu eben den Namen erfassen, und man streicht den Namen dann raus, tut die alle in den Pool, dann kriegt man eben nicht mehr raus, wer CDU, SPD, Piraten und was sonst auch immer gewählt hat. Das ist also mit aggregierten Daten gemeint, wo dann nicht mehr rauszubekommen ist, welche Person hinter dem im Pool gesammelten Daten steht. Eine andere Meinung will anhand von Einzelangaben Abgrenzung zwischen personenbezogenen Daten und Sachdaten, also Daten eines Objekts vornehmen, was aber meiner Meinung nach nicht wirklich gut funktioniert, aber dazu kommen wir dann insbesondere im Zusammenhang mit den Geodaten nochmal. Gehen wir zum nächsten Tatbestandsmerkmal. Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse. Verhältnisse, also Angaben, eine Information über eine Person. Das kann alles Mögliche sein, das kann der Wohnort sein, das kann das Alter sein, das kann das Geschlecht sein. Es ist also einfach eine Information zu einer Person. Man kann persönliche Daten, persönliche Informationen habe ich hingeschrieben, Alter, Geschlecht, sachliche Informationen eben, wem gehört das Grundstück oder wo hält sich eine Person auf. Also man kann kurz sagen, die Differenzierung zwischen persönlichen und sachlichen Daten ist eigentlich nicht wirklich notwendig, hat auch hier klarstellende Funktionen. Jede Information, die sich auf eine Person beziehen kann, ist eine Information in diesem Sinne. So, und diese Information muss sich auf eine Person beziehen und diese Person muss bestimmt oder bestimmbar sein. Bestimmt ist eine Person, wenn ich die Information direkt mit einer Person verknüpfe. Also stellen wir uns einfach die Adresse vor. Falk Scheile wohnt in der X-Straße in Y. Da ist mein Name direkt mit einer Adresse verknüpft. Ich bin also in diesem Datum bestimmt. Bestimmbar heißt dagegen, wir haben eine Information, die sich auf eine Person bezieht. Es fehlt lediglich noch an der Verknüpfung zwischen der Information und der Person. Aber mit ein bisschen Aufwand kann ich die Person dieser Information zuordnen. Da besteht eine kleine Diskussion, ob man das jetzt objektiv bestimmen muss. Also, wenn ich eine Information habe, die man auf eine Person beziehen kann, ob es reicht, dass irgendjemand hier im Raum auf der Welt in der Lage ist, diese Verknüpfung zwischen Person und Information herzustellen. Oder subjektiv, ob ich mit meinen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten in der Lage sein muss, Person und Information miteinander zu verknüpfen. Die überwiegende Meinung und Berücksichtigung des Europarechts geht davon aus, dass es reicht, dass irgendjemand in der Lage ist, eine Information mit einer Person zu verknüpfen. Und jetzt wird vielleicht schon klar, warum das bei Geodaten so problematisch ist. Weil das nämlich relativ leicht ist und es nicht auf die individuellen Fähigkeiten ankommt. Ich als Jurist wäre bei den meisten GIS-Dateien, die ich bekomme, nicht in der Lage, die irgendwie personenbezogen zu machen. Ist aber laut dieser Definition völlig unerheblich, weil andere in der Lage sind, diese Verknüpfung herzustellen und ich könnte ja die Daten weitergeben. Also ein relativ strenger Maßstab. Gut, einleitend hatte ich gesagt, Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wie ich die Definitionsmerkmale eingedampft habe, könnte man auch sagen, personenbezogene Daten sind eine Einzelinformation über eine zumindest bestimmbare Person. Kommen wir zu Personenbezug bei Geodaten. Und da ist insbesondere jetzt problematisch, ich hatte es bereits angedeutet, die Bestimmbarkeit einer Person. Haben wir nochmal oben unsere Definition, Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Objektive Bestimmbarkeit, hatte ich gerade gesagt, reicht aus. So, und jetzt gibt es zahlreiche öffentliche Informationsquellen, wo man hingucken kann und eben sagen kann, wer ist die Person hinter einem geografischen Datum. Das funktioniert nämlich immer dann, wenn man grundstücksbezogene Daten hat. Weil unsere Grundstücke, unsere Erde ist in schöne, viele kleine Rechtecke aufgeteilt, wo in Grundstückskatastern und Liegenschaftskatastern steht, wen das Ding gehört. Es gibt Adresslisten, wo eben schon die Verknüpfung da ist, zwischen Person und Information, oder zwischen Person und Adresse und ich muss jetzt mit jedem Geodatum eigentlich bloß noch hingehen und das zu dieser Datei hinzufügen und schon habe ich ein personenbezogenes Datum, weil die Person dort bestimmbar ist. Ziemlich interessantes Ergebnis bisher. Schauen wir es uns nochmal an. Jede Information, die sich auf ein Grundstück zuordnen lässt, ist gleichzeitig auch personenbezogen. Die Information A hat eine bestimmte Koordinate, die Koordinate lässt sich einer Adresse zuordnen und die Adresse lässt sich einer Person zuordnen. Und demzufolge ist diese Information A, die wir am Anfang hatten, die nicht mit einer Person verknüpft war zu diesem Zeitpunkt, ist die Person, die hinter der Information A steht, zumindest bestimmbar. Hm. Also hochproblematisch. Wir sind im Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes. Das hat die Rechtswissenschaftler ein bisschen aufgeschreckt und gestört, weil sie gesagt haben, wo alle Geodaten, personenbezogene Daten, irgendwie widerspricht das unserem Rechtsgefühl. Und ich habe gestern auch beim Social Event gemerkt, die meisten Leute, wenn ich denen das erkläre, gucken mich mit solchen Augen an und sagen, oh, das glaube ich nicht. So, entsprechend macht sich dann der Jurist ran und versucht den Tatbestand einzufangen, so dass er handhabbar und der Lebenswirklichkeit entsprechend ausgelegt werden kann. Und eine Möglichkeit ist, dass man eben sagt, die Einzelangabe in der Definition, ja, die wir eingangs gehört haben, bezieht, sagt, man muss Sachinformationen gleich am Anfang ausschließen. Das heißt, nichts anderes, als dass Sie sagen, eine Information, die sich auf ein Grundstück bezieht, ist eine bloße Sachinformation und macht da Schluss und denkt aber nicht weiter und sagt, naja, aber auf die Person, auf die sich dann diese Sachinformationen bezieht, weil der Person das Grundstück gehört, die ist ja trotzdem bestimmbar. Das sagen wir nicht. Aber man kommt da in extreme Probleme, wie man Sachinformationen von personenbezogenen Informationen oder Daten abgrenzen will. Das ist eine nette Idee, aber meiner Meinung nach faktisch nicht zu leisten, Sachinformationen von personenbezogenen Informationen abzugrenzen bei dieser Definition, die das Bundesdatenschutzgesetz liefert. Andere gehen dann einfach einen Schritt weiter und sagen, boah, mit der Definition, die uns das Gesetz gibt, kommen wir nicht weiter, das Ganze einzufangen. Wir gehen eine Ebene drüber und legen den Tatbestand einfach eingeschränkt aus, aus übergeordneten Gesichtspunkten. Die sagen eben, boah, Sozialbindung des Eigentums mag zwar ein Grundstück personenbezogenes Datum sein, wir nehmen es aber aus dem Tatbestand raus, weil es eben im Interesse der Allgemeinheit liegt, sich auch darüber informieren zu können, wem ein Grundstück gehört. Oder man nimmt noch einen anderen Ansatz und sagt, Orientierung im Raum hat schon immer zum menschlichen Leben gehört. Wir können jetzt diese Orientierung im Raum mit Adressen nicht einfach dem Datenschutzrecht unterstellen. Denn es kann nicht Ziel sein des Datenschutzgesetzes, dass sich die Menschen nicht mehr gegenseitig finden oder eben Informationen über Grund und Boden einholen. Aber das Problem bleibt. Der Wortlaut des Bundesdatenschutzgesetzes sagt was anderes. Und das Bundesverfassungsgericht damals in seinem Volkszählungsurteil im Jahre 1982-83 hat gesagt, es gibt kein unbedeutendes Datum. Alle personenbezogenen Daten sind auch wichtig, weil sie eben verknüpft, kombiniert werden kann, neue Erkenntnisse daraus gewonnen. Und deswegen ist es auch relativ schwierig, das Bundesdatenschutzgesetz restriktiv auszulegen, weil das der gängigen Interpretation eben etwas zuwiderläuft, aber eben bei Geodaten überhaupt nicht passt. Ob es eine gesetzliche Änderung geben wird, ist allerdings fraglich, weil auf das gesamte Datenschutzrecht gesehen ist, das Problem, was wir bei Geodaten in dem Bereich haben, natürlich minimal. Also wenn man den Gesamtkontext anguckt, wo personenbezogene Daten eine Rolle spielen und da wird es abzuwarten bleiben, ob der Gesetzgeber in dem Bereich tätig wird, ob er sich überhaupt noch die Mühe macht oder sagt, naja, dann kommt ja sowieso noch die Datenschutzgrundverordnung der EU. Da machen wir eh nichts mehr an unserem Datenschutzrecht, weil das wird dadurch ja überlagert beziehungsweise sogar abgelöst. Halten wir also fest, Bundesdatenschutzgesetz kann mit Geodaten nicht richtig umgehen, sondern sagt, das sind personenbezogene Daten und behandelt das also wie das Alter, wie das Geschlecht, wie sonstige personenbezogene Informationen, was relativ problematisch ist. Gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben und können jetzt ins Gesetz gucken, was sieht das Gesetz denn zum Umgang mit diesen personenbezogenen Daten vor. Da sehen wir hinten im § 28 Absatz 1 BDSG die Vorschriften, wann man doch mit personenbezogenen Daten arbeiten darf für eigene geschäftliche Interessen, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass schutzwidrige Interessen des Betroffenen überwiegen. Also einfach eine Abwägung der Interessen, was auch für jemanden, der mit Daten arbeitet, hochproblematisch ist, weil da tun sich schon Juristen schwer, so eine Abwägung zu treffen und jetzt soll das jemand machen, der das noch nicht mal studiert hat. Also eine relativ unbefriedigende Lösung der Gesetzgeber gibt also das Problem an den Datenanwender sozusagen weiter. Ganz spannend im Zusammenhang mit OpenStreetMap ist, dass der Maßstab günstiger wird in der Abwägung, wenn man sich aus öffentlich zugänglichen Quellen informiert, wie OpenStreetMap beispielsweise. Dann muss es nämlich sein, dass die Interessen des Betroffenen offensichtlich entgegenstehen. Das heißt, es muss einem quasi ins Auge springen, dass das für den ein Problem ist. Und das ist relativ schwierig zu begründen. Also das kann auch jeder Laie quasi, wenn er sich selber fragt, wäre das jetzt für mich ein Problem, wenn das bekannt wäre und ein ungutes Gefühl hat, dann sollte er darüber nachdenken, ob vielleicht die Abwägung zugunsten des Betroffenen ausfällt. Aber das ist ein ziemlich günstiger Maßstab. Mehr kann ich in dem Rahmen jetzt auch fast nicht sagen. Wenn es also konkrete Probleme und Fragen gibt, einfach mich ansprechen. Ich werde künftig wohl auch als Anwalt arbeiten oder auf der Mailing-Liste fragen und dann kann man das sicher noch mal diskutieren. Jetzt noch schnell ein Schwenker, wenn es um Open Data von Behörden geht. Das ist ja gerade auch ein relativ interessantes Thema und ich war vor drei Wochen hier in Berlin auf einer Tagung, wo die Behörden sich auch relativ große Sorgen gemacht haben. Wenn wir jetzt die Daten rausgeben, verstoßen wir da vielleicht gegen den Datenschutz und da gibt es aber auch eine relativ gute Verweisungskette, auf die weise ich jetzt bloß hin, also die Folien sind dann im Netz. Vielleicht da dann auch noch mal fragen, wenn eine Behörde Datenschutz vorschiebt, um Daten nicht rauszugeben, dass man dann eben sagen kann, hier guckt euch mal die Verweisungskette an. Es müssen erhebliche Belange sein, die der Betroffene geltend machen muss und was das ist, kann man aber nur am konkreten Fall entscheiden. Hier dann noch, wie das Bundesministerium das Problem gelöst hat, gesagt, okay, es sind alles Geodaten und da haben sie ihren Behörden, also eigentlich nicht für die Wirtschaft, sondern ihren Behörden gesagt, bei diesen Kriterien werdet ihr voraussichtlich Probleme oder sehen wir datenschutzrechtliche Probleme, wenn das alles genauer wird, als was wir hier geschrieben haben, dann überwiegt möglicherweise das Interesse des Betroffenen. Das ist aber eine Behördenauffassung, die auf Gutachten beruht, das ist gerichtlich oder gesetzlich nicht ausdiskutiert. Ja, das vielleicht noch so als Denkanstöße, Denkanregung und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Falk, vielen Dank für deinen Vortrag und dann jetzt die Aufforderung an das Plenum, bitte Fragen zu stellen. Wir warten aber bitte schön, bis das Mikrofon da ist, weil sonst die Aufzeichnung das nicht mitbekommt. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Hermann Peifer. Ich fand den letzten Ansatz gerade interessant mit den Behörden, weil wenn ich nach Hause fahre, dann arbeite ich für eine Behörde und wir geben auch Daten heraus, die auch in OpenStreetMap genutzt werden. Ich habe mal eine wilde Statistik gemacht, dass vielleicht ein Prozent oder ein Promille der europäischen Notes auf unsere Daten zurückgehen. Und dabei wollte ich sagen, dass wir vielleicht nicht nur die OpenStreetMapper einen Anspruch an die Behörde haben, sondern auch die Behörde an die OpenStreetMapper, der nämlich dann wäre, beim Importieren von Daten unserer und anderer Behörden die Quelle ordentlich anzugeben. Das geschieht gelegentlich, gelegentlich aber auch nicht, ist mehr so ein Zufallsprodukt. Gut. Sodass auch die Behörde manchmal ein Interesse hat an OpenStreetMaps, so wie die Mapper ein Interesse an den Behördendaten hat. Ja, das ist richtig. Aber die Attribution von Behördendaten ist jetzt keine Frage des Datenschutzrechts. Ja, aber Sie müssen schon bei der Freigabe der Daten beachten, ob das Datenschutzrecht eingehalten ist, also ob berechtigte Belange entgegenstehen. Ob jetzt OpenStreetMap sagt, die Daten kommen von Behörde X oder Y, ist eine andere Frage. Eigentlich nicht, weil wir die ja mit der Lizenz freigeben, nur dann benutzen zu können, wenn sie ordentlich genannt werden können. Ja, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Gut, morgen um neun bei OpenStreetMap hier im OSM-Track wird diese Frage beantwortet. Gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, morgen. Ich bin Andreas Borger vom Landkreis Cuxhaven und wir präsentieren Flurstücksschnitte im Internet. Ist die alleinige Präsentation der Flurstücksgrenzen im Internet in Verbindung mit öffentlichen zugänglichen Adresslisten schon ein Problem? Meiner Meinung nach nicht, aber es ist ein personenbezogenes Datum, weil man eben über Flurstücksgrenzen rauskriegt, wer der Eigentümer des Grundstücks ist. Aber im Bereich dieser Abwägung, die ich da kurz angerissen habe, wird man sagen müssen, das ist wohl okay. Aber eine klare Antwort gibt es da nicht. Nein, also wir haben da vor drei Wochen auf der Konferenz auch einfach gesagt, Behörden austesten, ob der Datenschutzbeauftragte sich beschwert. aber wie gesagt, das Gesetz passt schlicht und ergreifend nicht auf diese Problematik von Geodaten. Das wurde damals im Gesetz nicht gesehen. Ja, und jetzt ist das Problem, also das Problem wird erst virulent, seit eben man Geodaten massenhaft öffentlich zugänglich hat und mit Open Data auch immer weitere Daten noch dazukommen. So, dann war hier in der Mitte, glaube ich, noch eine Frage. Du hast bei Personen nicht differenziert, ob du nur natürliche Personen oder auch juristische Personen. Kannst du das noch kurz? Datenschutz bezieht sich nur auf natürliche Personen. Also es muss immer ein Datum mit einer natürlichen Person verknüpft sein. Wenn es um die Verknüpfung Information juristische Personen geht, ist man in der Regel nicht im Datenschutzrecht, es sei denn, man trifft zufällig auf einen Ein-Personen-GmbH, weil dann ist nämlich die Person wieder bestimmbar. Okay, ich denke, wir haben nachher Pause. Wir können noch ein paar Fragen zulassen. Ja, also mich gerne ansprechen, dann können wir weiter diskutieren. Vielen Dank. Oh, Entschuldigung. Okay, noch eine Frage. Mein Name ist Rainer Nuss. Ich habe folgende Frage. Inwieweit sind denn die Parallelität von Rechtsvorschriften hier abzuwägen? Also zum Beispiel nach dem Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein-Westfalen mit entsprechenden Durchführungsverordnungen und Rechtsverordnungen daraus abgeleitet, werden Flurstücke zumindest als WMS-Dienst präsentiert für die Öffentlichkeit. Ja. Jetzt ist das Bundesdatenschutzgesetz und das Landesdatenschutzgesetz in welchem Verhältnis dazu zu sehen? Sind das Inspire-Daten? Die Flurstücke gehören zu dem Inspire-Themenbereich aus Annex 1 Grundstücke und sind aber auch unabhängig von Inspire nach Vermessung und Katastergesetz und den Rechtsverordnungen im Lande als WMS-Dienst zu publizieren. Gut. Diese Landesgesetze und Bundesdatenschutzgesetz steht in einem ziemlich schwierigen Verhältnis, weil da auch noch die Gesetzgebungskompetenzen eine Rolle spielen. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber es müsste eine Kompetenz des Landes geben. Aber man ist auf der sicheren Seite, sobald das Inspire-Daten sind, weil man dann eben auf die weil das GOZG, was dann vermutlich bei Ihnen im Land dann das Landes GOZG oder Analog geregelung ist, in der Regel auf die Umwelt, auf das Umweltinformationsgesetz verweist und das Umweltinformationsgesetz beruht wiederum auf der Umweltinformationsrichtlinie der EU und da kommt man also mit dem Datenschutzrecht, mit dem deutschen Datenschutzrecht nicht ran, weil das EU-Recht gibt vor, wie abzuwägen ist und die sind, da ist eben Publizität steht da im Vordergrund, dass Umweltinformationen eben bekannt gegeben und zur Kenntnis genommen werden können und entsprechend gut günstig ist da die Abwägung zur Veröffentlichung der Daten.